Ich bin Stefan Lehmeyer. Ich bin Florian Appel. Ich bin Tanja Büchel. Ich bin Marina Koppold. Wir sind das Erasmus Plus Team der Vosbos Neuburg. RE3 für Reduce, Replace und Reuse. Das sind die drei großen Ziele unseres Erasmus Plus Kooperationsprojekts mit unseren Partnerschulen aus Irland und Schweden. Neues Schuljahr, altes Handy. Unsere Handysammelaktion der Vosbos Neuburg und des gesamten Berufsschulzentrums geht in eine neue Runde. Wie viele Handys, die du nicht mehr brauchst, hast du zu Hause in irgendeiner Schublade liegen? Oder hier, oder hier, oder hier, oder hier. Genau diese Handys wollen wir. Und warum? Weltweit gibt es 40 Millionen Tonnen Elektroschrott jährlich. Das sind 22 Kilogramm, die jeder von uns verursacht, jedes Jahr. Dazu kommt, dass sich in unseren Handys viele Rohstoffe befinden, die schädlich sind und deswegen richtig entsorgt werden müssen. Das tut wiederum der Umwelt gut, denn so können wir wertvolle Rohstoffe in den Ressourcenzyklus zurückbringen. Wir haben uns deswegen das Ziel gesetzt, bis zum 21.12.2021 mindestens 100 Handys zu sammeln. Und so kannst du mitmachen. Frage deine Familie und deine Bekannten und Freunde und sammle alte Handys und Smartphones. Du kannst sie bei deiner Klassenleitung bis zum 21. Dezember 2021 abgeben. Sag deiner Klassensprecherin oder deinem Klassensprecher noch Bescheid, wenn du ein Handy abgegeben hast. So können wir am Ende sehen, welche Klasse am meisten Handys abgegeben hat. Du und deine Klasse, ihr könnt tolle Preise gewinnen. Und das Beste, alle Handys werden recycelt und der Erlös wird für einen wohltätigen Zweck hier in Neuburg gespendet. Also, mach mit und rette Rohstoffe! Psst, natürlich können auch Lehrkräfte mitmachen!